Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Linda Giese und ich möchte mit dir heute eine spannende Frage beantworten, die mir letztendlich von einer Podcast-Hörerin gestellt wurde, denn sie fragte mich, wie sie bisher Manifestiertes löschen könne. Sie hatte meine Podcast-Folge Nummer 213 gehört, in der gehe ich auf die Manifestationskraft unseres Seins ein. Die Podcast-Folge heißt, glaube ich, die machtvolle Realität hinter dem Sichtbaren, genau. Sie spürte, dass sie einiges Unangenehmes ins Feld hineingegeben hat und würde das ganz gerne löschen oder aufheben, bevor es sich manifestiert. Aus diesem Grund möchte ich der Antwort eine ganze Podcast-Folge widmen, denn ich vermute, dass der ein oder andere von uns ähnlich reflektiert, dass die eigenen Gedanken und Gefühle immer wieder Dinge erschaffen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Vorweg sei betont, was einmal im Feld ist, ist im Feld und existiert im ewigen Jetzt. Je stärker das, was wir hineingegeben haben, gefühlsmäßig aufgeladen ist, umso hoher die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieses manifestieren wird. Daran können wir nichts ändern, wir erschaffen unsere zukünftigen Erfahrungsebenen über genau diese Intensität an Gefühlen und Gedanken. Als Beispiel, wenn du ein intensives materielles Sicherheitsbedürfnis hast, ist dies vielleicht ein Hinweis auf einen tief empfundenen, mangelnden Selbstwert und ein mangelndes Vertrauen in dich selbst. Solcher Mensch fühlt häufig Ängste und Unsicherheiten oder hat großen Stress, alles richtig und perfekt machen zu müssen. Er versucht, eine Kontrolle im Leben auszuüben. Dieses im Hintergrund laufende Mangelbewusstsein ist somit ein emotional stark aufgeladenes Bewusstsein und wird immer wieder Situationen des Mangels und der Unsicherheit manifestieren. Somit wird deutlich, dass einfach löschen gar nicht möglich ist. Rein die authentische Entwicklung ins Selbstvertrauen und das ehrlich empfundene Füllebewusstsein könnte hier einen Ausgleich für die bisher ausgesandte Energie erschaffen. Mit der Zeit wird sich dann die Neuausrichtung durchsetzen. Wenn wir jetzt an dieser Stelle einmal kurz innehalten und reflektieren, was wir so beständig bewusst und unbewusst ins Feld senden, dann können wir doch eigentlich mal machen oder mach das mal ganz kurz. Atme mal ganz ruhig in deinen Bauch und schau dir mal so an, was du den ganzen Tag so über dich denkst und fühlst, über dich und dein Leben. Ja, bei vielen von uns wird sich jetzt bestimmt spätestens eine leichte Panik einstellen, weil das, was wir da so alles raussenden und darunter fallen auch Lästereien, Unzufriedenheiten, Gewalt- und Gruselfilme schauen, ja auch sowas, ja womit befasse ich mich, ja. Das sind alles Dinge, die üben eine Kraft auf die Manifestation aus, auf unsere Zukunft. Ja, wenn wir jetzt hier anfangen wollen, jede einzelne Baustelle zu korrigieren, dann ist das ungefähr so ähnlich, als würden wir bei starkem Wind einen Sack Federn ausschütten und alle vom Wind vor gepusteten Federn wieder einsammeln wollen. Also eine nicht wirklich zu bewerkstelligende Aufgabe, oder? Ja, bevor ich nun auf die Lösung zu sprechen komme, möchte ich betonen, dass es im Leben nicht nur darum geht, Positives zu erschaffen. Denn gerade unsere Herausforderungen sind es, die uns weiterbringen, an denen wir wachsen, lernen und uns entwickeln. Aber okay, was können wir tun, um zumindestens zu bewussten Schöpfern zu werden und zumindest nicht mehr unbewusst von einer Falle in die nächste zu tappen? Wir müssen letztendlich nur eine einzige Sache tun oder vielmehr weglassen. Das Einzige, was wir weglassen müssen, ist unsere Identifikation mit dem Ich. Deine Identifikation mit deinem Körper, deine Identifikation mit deinem persönlichen Leben. Wir sind nicht unser Körper. Unsere Anhaftung an unser persönliches Leben spiegelt nicht die Realität wider. Der Teil in dir, welcher den Wunsch hat zu sein, sich zu entfalten, der Teil, der seine spirituelle Verbundenheit entwickeln und spüren will. Der Teil, welcher erkennt, dass dich etwas einschränkt, ist dein wahres Selbst. Das ist die Wahrheit. Wenn uns das gelingt, fallen gleichzeitig alle Dramen, alle Opferhaltungen, alles Leid. Es fällt einfach alles von uns ab. Wir sind reine Existenz, reine Wahrnehmung. Selbst wenn wir unseren Körper verlassen, bleiben wir reine Wahrnehmung, bleiben wir reine Existenz. Häufig begegne ich Menschen, die versuchen, ihre Ausrichtung zu ändern und Positives hervorzubringen. Dies ist gut und auch sehr hilfreich. Doch ist all das, was wir mit unserem Vorhaben ändern müssen, unendlich viel? Ähnlich wie bei so einer Drachensage, wo augenblicklich zwei Drachenköpfe nachwachsen, sobald der Held einen Drachenkopf abgeschlagen hat. Wirklich besiegen kann der Held den Drachen erst, wenn er ihm ins Herz sticht. So wie bei uns im Alltag, wenn wir ein unvorteilhaftes Gefühl oder einen unvorteilhaften Gedanken besiegt haben, kommen direkt unzählige Neue hinterher. Erst wenn wir im Herzen neu begreifen, dass wir nicht unsere Geschichte, nicht unser menschlicher Körper, nicht unser Leid, unsere Sehnsüchte, unser Erfolg, unser Misserfolg und so weiter sind, dann haben wir die Illusion besiegt. Das Hauptproblem, wenn wir es mal für einen kurzen Moment so nennen dürfen, ist unsere Identifikation mit dem Ich. Doch durchfließt uns als Ich die mediale Strömung unserer Seele. Das bedeutet, wir sind Seele. Unser Ich gehört anders ausgedrückt in den Kreislauf der Seele dazu. Diese medialen Ströme durchfließen uns wie der Atem. Niemals sind wir ohne diese medialen Strömungen, Seelenströmungen. Diese Strömungen haben ihren Ursprung in der Quelle des einen großen Bewusstseins, dem Bewusstsein, dem alle Wirklichkeit entspringt. Doch identifizieren wir uns in der Regel eher mit unserem Ich. Und wenn wir das tun, dann wirkt dies in der Regel wie eine Trennwand, die alle Wahrnehmungen zurückdrängt, welche nicht mit dem menschlichen Ich zu tun haben. Das geschieht nicht, weil das so vom Leben beabsichtigt war oder weil es in der Natur des Ichs liegt, sich so zu verhalten oder weil es die Aufgabe des Ichs ist, sondern einfach deswegen, weil man uns seit zig Generationen gelehrt hat, dass das Ich eine beschränkte Funktion hat statt einer erweiternden. Wir Menschen glauben tief in uns, das Ich sei ein sehr schwacher Teil der Seele. Wir stellen die Seele als etwas Großes, Übermächtiges und Heiliges dar und glauben, wir sind ein schutzbedürftiger, unvollkommener, verbesserungswürdiger Abklatsch von etwas Großem, Unfehlbarem. Wir fühlen uns schuldig, nicht gut genug, nicht liebenswert und und und. Aus diesem Grund leugnet das Ich alles, was nicht in die Welt der Materie gehört und alle unsere großartigen Fähigkeiten noch dazu. Es muss sich förmlich abspalten und seine Konzentration ausschließlich auf die materielle Welt ausrichten, um sich eine Bedeutung zu geben und die Illusion aufrechterhalten, es könne irgendetwas kontrollieren. Dabei ist das Ich, unser Helfer, wie ein Werkzeug, welches uns hilft, die materielle Welt zu erfahren. Denken wir hierbei nur einmal an unsere physischen Sinne, mit denen wir alles begreifen. Unser Ich dient uns aufgrund unserer inneren Ausrichtung, die materielle Welt beständig neu hervorzubringen. Es will diese materielle Realität begreifen und deuten und vor allem zu ihren Beziehungen treten. Unser Ich hilft uns im Rahmen der physischen Existenz zu überleben. Aber indem wir es zulassen, dass dem Ich Scheuklappen angelegt werden, behindern wir seine Wahrnehmung und seine angeborenen Fähigkeiten. Ich habe an dieser Stelle schon oft davon gesprochen, dass die Seinspotenziale dir helfen. Ich möchte es hier noch einmal erwähnen oder darauf hinweisen, dass deine Seinspotenziale der Teil deiner Seelenkräfte sind, die du hier als Mensch verkörperst. Sprich die Seele, die dir mitgegeben, also sprich die Stärken, Entschuldigung, die dir mitgegeben worden sind, um dich als Seele hier auf diesem Planeten vollends zu entfalten und schöpferisch zu wirken. Wenn auch dir deine Seinspotenziale aberzogen worden sind, wenn auch du den Zugang zu deinen Seinspotenzialen verloren hast, dann lass uns reden. Denn diese herauszufinden, das ist für mich kein Problem. Denn dann wissen wir einfach, was hast du für Seinspotenziale, was brauchst du, wie kannst du die anwenden. Ja, und dabei helfe ich dir natürlich total gerne, dabei, sie zu integrieren. Also wenn du magst, einfach mal anfunken. Kontaktdaten stehen in den Shownotes. Deine Linda 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 Untertitelung des ZDF, 2020